Ich würde Ihnen gerne etwas vorlesen, Chef. Ich arbeite, Marcella. Liebe Ehemalige von Grosspoint High, jetzt ist es schon zehn Jahre her, dass ihr die Highschool verlassen habt. Du nervst, stelle mich nicht bei der Arbeit. Ich weiß ehrlich nicht, was ich mit denen noch anfangen soll. Was soll ich denn sagen? Ich habe den Präsidenten von Paraguay mit einer Gabel erledigt. Und, was machst du so? Treffen Sie ein paar alte Freunde, trinken Sie Bowle, besuchen Sie, wie heißt sie noch? Debbie. Bringen Sie ein paar Tage keinen um, entdecken Sie dieses neue Gefühl. Ich lege es drauf an. Nein, nein, legen Sie nicht an, legen Sie auf keinen an. Ich bin Psychiater für Haustiere. Ich verkaufe Sofa-Versicherungen. Ich leite eine Männergruppe, wir haben uns auf Ritualmorde spezialisiert. Hi, ich bin's, Martin. Erkennst du mich wieder? Oh, ich weiß, wer du bist. Hab ich was verpasst? Seid du mich beim Abschlussballast sitzen lassen und spurlos verschwunden bist? Mhm. Willkommen zu Hause. Ich baue gerade eine kleine Organisation auf. Wie, eine Gewerkschaft? Hast du Ärger? Im Moment nicht. Herzlich willkommen, Pointe. Du hast dich nicht verändert, Martin. Sag das nicht. Was machst du, Martin? Profikiller. Oh, ganz hervorragend. Eine Branche mit Zukunft. Braucht man dafür ein abgeschlossenes Studium oder kann man einfach so einsteigen? Ich hab den Auftrag, sie zu töten, aber ich werd's nicht tun. Sei es, weil ich ihre Tochter liebe oder den Respekt vor dem Leben neu entdeckt hab. Der Penner liebt entweder die Tochter von dem Typ oder er hat den Respekt vor dem Leben neu entdeckt. Debbie, ich liebe dich. Und ich weiß, dass es dieses Mal funktionieren wird. Es fällt mir nicht leicht, ich hab meine Gefühle immer unter Kontrolle. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu ändern. Schließ dich doch der Gewerkschaft an! Halte die da auf Versammlungen ab? Na klar! Ohne mich! Ich möchte, dass du drüber nachdenkst. Du brauchst nicht gleich zu antworten. Aber Debbie, willst du mich heiraten?